hallo zusammen und herzlich willkommen zur monatsvorschau für den monat april ja im märz gab es das nicht es ist eh unregelmäßig geworden ich glaube im januar war gab es auch nicht bin gerade gar nicht ganz sicher ich kann mich nur entschuldigen dass es das im letzten monat nicht gab die ganze nummer mit der ukraine krise mit dem krieg und den einfluss den das auf mein beziehungsweise unser tägliches leben nimmt weil wir ja aktiv betroffen sind meine frau ist ukrainerin wer es nicht weiß hat dann doch natürlich die prioritäten verändert und deswegen war auch in den letzten wochen weniger los hier auf dem kanal ich hoffe ihr könnt mir nachsehen ich habe beispielsweise sogar noch vom letzten monat dass die season 4 beschwörung 22 beschwörung und von diesem monat mit 18 beschwörung rumliegen die welche jetzt irgendwann mal wenn ich die zeit finde hochladen aber jetzt erstmal hier weil das ist glaube ich für die meisten am interessantesten erstmal die einschätzung zum helden des monats und gehen wir fix über den kalender drüber wie das so aussieht hier erstmal das bild zu sylvaria auf diesem bild ist ihr special noch nicht aktuell ja es wurde noch ein bisschen aufgebessert sage ich jetzt mal nicht aber sie sieht so ungefähr aus wie telurias schwester aber ein bisschen offensiver hält auch mittel grün also mittlerer mana speed grün ist aber ein barbar und ein bisschen offensiver ausgelegt das ganze ja irgendwie wenn ich drauf gucke der kopf passt gefühlt nicht wirklich zum körper ist das gesicht zumindest sieht so klein aus ich weiß es nicht und da diese massiven oberschenkel ist alles ein bisschen komisch aber wir gehen mal hier drauf der seht auch gleich was sich verändert hat wir fangen aber trotzdem mal von oben an also gender female also ein weibchen wenn es interessiert power level 801 das ist für monatshelden die gehen natürlich von monat zu monat hoch das höchste bisher aber jetzt haben wir wirklich die 800 geknackt bei denen die werte angriffs 772 defensive 743 lebenspunkte pool 1413 sind sehr solide vor allem weil es ein offensiver held ist der auch schaden anrichtet da ist ein guter angriff wert immer wichtig und das hat bei dem helden doppelt ist meiner Meinung nach doppelt wichtig erkläre ich dann gleich ist ein barbar familie ist logisch ich werde es der einfachheit einfachheit halber mache hier übersetzen also erstmal die angeborene fähigkeit beschwörung bei brand jedes mal wenn dieser held verbrennt wird oder einen neuen verbrennungsstatus erhält einen negativen beschwörte ein waldwächterdiener mit 35 prozent hp und 35 prozent angriff also wenn im gegner team also jetzt nicht der tank rot ist weil da sollte man keinen grün reinspielen aber wenn irgendeiner auf der flanke oder auf dem flügel feuerschaden macht ein emilio ist da präsentiert oder ein grabmacher kostüm die da relativ schnell auslösen kann man getrost mit grüner farbe trotzdem reingehen in den kampf weil der held bekommt einfach mal richtig fettes richtig fetten minien also der ist wirklich fett und das relativ nice in der defensive ja man stoppt die gegner ein bisschen davon mit helden zu agieren die verbrennen aber ja das ist jetzt nicht so wirklich der größte stopp wie beispielsweise eine ganze farbe zu blockieren wie wenn man ratatoska drin stehen hat oder was auch immer ja deswegen in der defensive sehe ich den helden sowieso nicht weil er zu langsam ist ist eh ein offensiver held und in der offensive wenn ihr dort seht ach da ist eh damit verbrennen aktiv macht das diesen helden direkt ein bisserl tankiger okay da ein angeborener widerstand dem entfernen von vasallen widerstehen diese vasallen können auch nicht entfernt werden sprich von gormek kostüm oder von eloas oder oder wie auch immer sie alle heißen ja zerstört werden können sie natürlich aber nicht entfernt werden das ist ganz nett manner geschwindigkeit mittel spezialfähigkeit macht der flora und hier kommt jetzt die änderung im vergleich zu dem bild was ich euch gezeigt habe nämlich das ziel und die feinde in der nähe bekommen den def down von 34 prozent für drei runden ja das macht sie natürlich interessant um sie zu kombinieren mit anderen helden die drei ziele treffen ich mag leute die drei ziele treffen auch wenn ihr schaden nach wie vor nur auf ein ziel geht anderer wichtiger interessanter punkt ist ihr kennt das specials werden punkt für punkt abgearbeitet von oben nach unten das heißt dieser held macht erst den def down und dann den schaden am ziel was eigentlich sogar bedeutet das ist ungefähr dasselbe also gefühlt dasselbe wie wenn ein held 500 prozent schaden macht aber keinen def down hat sowie der gleich auslöst und dann macht er hat noch den def down sogar auf die nachbarziele und wenn ja nix wenn es ist einfach schön diese reihenfolge zu sehen und interessant es wird wirklich witzig sein zu sehen wie viel schaden dieser held mit einer attacke macht ja und deswegen sage ich auch direkt wenn ihr emblemieren wollt angriff ist also schwert größer schild größer herz größer lebenspunkte bei dem helden da gibt es keine diskussion auch wenn er für alle verbündeten hier diese minions macht die minions machen 9 prozent hp da hp über def zu bewerten ist kompletter irrsinn und 13 prozent angriff ist auch nicht die welt also die minions die diesen ganz nett aber die sind halt nicht nicht dick das geile ist der def down und das danach der schaden kommt und der element link 10 prozent angriff für die grünen also wenn ihr drei triple hitter habt inklusive wenn ihr sie habt und zwei grüne triple hitter ihr löst die sowieso zuerst aus wegen dem def down und dann die beiden grünen hitter haben auch zehn prozent mehr angriff dann logischerweise ist ziemlich nett könnte interessante kombo werden wie krass setzt der schaden natürlich sein wird und welche grünen hitter man hat und nimmt man muss überlegen auch ob wir überhaupt starke grüne triple hitter haben die von diesen def down massiv profitieren also ich sag mal so ihr baut drei die also drei grüne und zwei von der anderen farbe und einer von den grünen ist er hier oder sie hier und dann noch zwei weitere triple hitter reicht das um drei leute zu töten oder nicht das ist dann der feine unterschied ob der hält offensiv richtig geil ist also hängt wirklich davon ab wie die anderen grünen triple hitter sind oder ob er nur mittelmäßig ist ja und das wird sich erst zeigen ich kann es aktuell echt nicht einschätzen habe ich gesagt ich habe eine kombo mit grünen triple hittern gespielt almur marcel und kann den kostüm oder so das hat jetzt nicht wirklich was umgebracht und der def downer der marcel der hat auf alle drei auch damage gemacht muss man schauen auf der anderen seite ich glaube der in der mitte steht wird bei der kombo auf jeden fall fallen weil sie halt auf den einen soliden schaden macht vor dem def down also der wird fallen also wenn man irgendwie in der mitte den tank weg sprengen will sollte das mit den zwei weiteren grünen triple hittern funktionieren sie dann die anderen beiden und dann hat man in der mitte ghost potenzial und die flanken sind ziemlich low ich denke mal so ungefähr wird es aussehen offensiv ja des weiteren gibt es zu dem helden an sich nicht wie zu sagen def down in grün als fünf sterne hält ich überleg kann könnte sogar komplett neu sein wir hatten def down marcel body hatte def down bei grün gab es so fünfer im grünen fünfer der def dann hatte mir fällt ehrlich gesagt gerade keiner ein aber ich kann mich auch täuschen ach ja hier wächterkameleon aber wächterkameleon ist wieder spezialfall ja aber ansonsten gibt es glaube ich kein von daher für titan und eventuell turnier challenge event interessant ja titan wahrscheinlich sehr interessant sogar wobei minions am titan sind wieder so eine sache die will man eigentlich nicht dabei haben weil wenn die alle einmal angreifen ja ist blöd die nehmen so viel zeit von der uhr man will ja steine schieben weil die den hauptschaden machen und die miniens sie machen ja nicht viel deswegen mit vorsicht zu genießen okay das war silvaria gehen wir mal weg von ihr und gehen noch mal zum rest des kalenders ja so hier noch mal zum kalender der rest wird einfach gekattet ich hoffe ich habe das aber gekattet im nachhinein ihr werdet ja sehen ob es video widersprüche gibt oder nicht ich war maximal verwirrt ich habe so viele falsche kalender gesehen ja was haben wir im april die allianz quest läuft noch das heißt wenn ihr euch eure emblem aufgehoben habt weil ihr den april helden des monats wollt glückwunsch habt ihr richtig gemacht dann kommt vom 4 bis 6 april atlantis direkt im anschluss die taverne der legenden dann haben wir 24 stunden ruhe oder kommt walhalla vom 10 bis 12 dann haben wir zwei tage ruhe dann kommt das challenge festival direkt danach mythischer titan dann wieder ein tag ruhe und dann ganz ganz dick und fett anmerkmarkern season 5 21 april ja und ich sag mal so ich werde bei der allianz quest definitiv keine juwelen raushauen bei atlantis schon gar nicht ich werde nirgendwo juwelen mehr raushauen und dann bei season 5 wird es eskalieren und dann mache ich erstmal eine pause glaube ich ja das habe ich mir schon so oft vorgenommen aber dann wird runtergeschraubt genau weil so ist die wahrscheinlichkeit neue helden zu bekommen am höchsten für mich ja das sind die sachen die zu beachten sind dann wird es natürlich irgendwann wieder limit break material geben und so weiter und so fort aber das ist jetzt nicht so wichtig stichtag 21 april season 5 das ist eigentlich der wichtigste punkt der rest ist so nebenher schwimmen ich bedanke mich auf viel erfolg und meine schwörung und so weiter und so fort im spiel haut rein bis denn ciao ciao so